Guten Morgen von Berlin nach Moskau. Christoph Wanner. Christoph, Russland bleibt also dabei. Wir haben mit dem Angriff nichts zu tun. Genauso ist es. Diese Aussage kam gestern von oberster Stelle, also aus dem Kreml von Dmitri Peskov, dem Sprecher des russischen Präsidenten. Er sagt, Russland greift nie zivile Ziele in der Ukraine an, nur Ziele, die vom Militär genutzt werden oder zweckentfremdet werden. Und dieses Kinderkrankenhaus sei von einer ukrainischen Flugabwehrrakete getroffen worden, von einer Nesems-Rakete aller Wahrscheinlichkeit nach. Das ist ein norwegisch-amerikanisches Flugabwehrsystem. Und Vassilin Ebenser, der Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, hat das auch noch einmal unterstrichen. Also man bleibt ganz klar dabei, man will mit dieser Tragödie in Kiew, mit diesem Angriff auf das Kinderkrankenhaus, nichts zu tun haben. Untertitelung des ZDF, 2020